Und was wolltest du mir zeigen, was soll ich hier hinschreiben? Du kannst nochmal schon hinschreiben, Bruno, der Kameramann. Ah, den kenn ich doch. Ja guck mal, solche Mien's wolltest du mir grad zeigen, wo du denkst, ja jeder kennt das. Dass du mir Moneyball zeigen wolltest, ist frech, wirklich. Kanal mit mir, Yves gemacht. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. So süß, so süß, oh mein Gott, so knuffig. Wie findest du oder kennst du Uwe? Äh, Uwe, was dann? Ist auch dabei. Ist auch dabei? Ist auch dabei. Uwe ist auch dabei. Der? Ja. Ich bin's, der Fabio. Samstag gibt ne fette Party und ich bin dabei. Ich bin's Patrick und ich bin auch dabei. Und ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Oh! Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Kannst du das gar nicht? Ne, das kann ich nicht. Hm. Was gibt's denn noch, was gibt's denn noch, was gibt's denn noch für coole Memes? Von Memes. Ähm. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Wie heißt das? Kennst du das mit so ne... Was ist das denn schon wieder? Boah, was ist das denn? Digga. Die Lara chill mal. What the fuck? Ich bin eigentlich gerade family friendly. Ich eigentlich auch. Oh mein Gott, was passiert denn da unten überall? Also das ist ein Flugzeug. Oh mein Gott. Oh, was ist das bei dir? Ich hab nur Meme oben eingegeben. Ja, aber trotzdem ist das ja so angepasst an deinen Algorithmus. Nein, das stimmt nicht. Doch. Nein. Natürlich. Nein. Ich glaub schon. Schau, wenn ich auf meine Startseite gehe. Ne, wenn ich auf Shorts gehe. Schau, was kommt. Auf Ebay gibt's eine Dose. Ja, ist ja auch was, was du cool findest. Und wenn du das nicht langsam sein lässt... Aber ich schau nie Shorts. Ne, anscheinend ja schon. Okay. Oh, okay, Danachy. Wollte ich auch was sagen. Danachy. Chill du auch mal. Danachy. Danachy. Holy shit. Schau, hier ist Madison Beer. Seven vs. Wild. Ich wie ich was auf den Kopf balanciere. Nochmal Madison Beer. Irgendwas anderes. Mhm. Aber unsere Algorithmen mittlerweile sehr ähnlich, wie ich bemerke. Krass. Ich wusste nicht, dass du in allen Bereichen bist wie ich. Nein, 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 nein. Krass vom Ding her. Hätte ich nicht gedacht. Ich hab kein Twitter. Nee, aber dann machst du das halt auf YouTube. Mhm. Okay.